Seit 1997 werden im Naturschutztierpark Görlitz die charismatischen Katzenbären aus den alpinen Regionen des zentralasiatischen Hochlandes erfolgreich gehalten und gezüchtet. Vor reichlich drei Monaten wurde dort der schon 23. rote Panda-Welpe geboren. Die Pandadame Zaja, die vor drei Jahren aus den Niederlanden an die Neise reiste, ist nun zum dritten Mal Mutter geworden. Routiniert kümmert sie sich allein um ihren Nachmuchs, während Vater Metok sich traditionell so gar nicht um die Aufzucht kümmert. Seit Beginn der Roten Panda-Haltung beteiligt sich der Görlitzer Tierpark an einem europäischen Zuchtprogramm und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Die Kuratorin des Tierparks, Katrin Hammer, berichtet von den Gefährdungen für die bedrohte Tierart. Es werden immer weniger im Freiland. Es gibt also verschiedene Gründe. Das eine ist die Bejagung, die illegale Bejagung. Wir haben ja einen wunderschönen Pelz, das schönste Säugetier der Welt, wie sein Entdecker ihn bezeichnet hat. Also sie werden bejagt, der Lebensraum wird zerstört. Die Menschen, die dort leben in dem Lebensraum des Pandas, die wandern immer weiter in die Hochlagen, wo sie dann auch ihre Haustiere mitbringen. Und die Rinder fressen das Futter weg und die Hunde, die bringen Krankheiten mit, wie Staubel zum Beispiel. Und das ist auch nicht gut für die Tiere, also die erkranken und sterben dann auch. Umso wichtiger ist eine erfolgreiche Zucht. Faszinierend sind ihre Lebensgewohnheiten. Wie verbringen diese charmanten Katzenbären eigentlich ihre Tage? Schauen wir uns genauer an, was die roten Pandas essen und warum sie so viel schlafen. Also die roten Pandas, die sind schon ganz besonders. Das ist ja eigentlich klassisch ein Raubtier. Es hat auch ein Raubtiergebiss. Aber sie leben in erster Linie von pflanzlicher Kost. Und dort eben von Bambus. Deswegen eben auch Bambusbär. Dieser Bambus ist ja ein Gras. Und dieses Gras ist sehr nährstoffarm. Das heißt, der Panda muss relativ viel fressen. Also so etwa ein Viertel seines Körpergewichtes am Tag, um eben die Nährstoffe zu bekommen, die er braucht. Aber er möchte auch seine Energie nicht unnötig verlieren. Und deswegen schläft so ein Panda einen Dreivierteltag etwa, um ihm einfach Energie zu sparen. Also die roten Pandas sind super an ihren Lebensraum angepasst. Und sie leben ja in den Bäumen in erster Linie. Und zwar im kalten Bereich auch. Das heißt, damit ihre Füße nicht zu kalt werden und sie auch im Schnee nicht einsinken, haben die behaarte Pfoten. Was relativ nicht so häufig vorkommt im Tierreich. Und sie haben auch, wenn man sich anguckt, wie die laufen, einen besonderen Gang. Und zwar laufen die immer so ein bisschen obeinig auf den Ästen, was ihnen dort einfach mehr Stabilität gibt. Und das Gleichgewicht oder um das Gleichgewicht zu halten, haben sie dann auch noch diesen schönen langen Schwanz. Der einfach als Balanceorgan dient. Und wenn es richtig kalt ist, kuscheln die sich da einfach rein. Der Schwanz, der wird also um den Körper gelegt. Und somit haben sie dann ihren eigenen Pelzkragen. Wie alle Nachzuchten der roten Pandas wird auch der jüngste Zögling, der kleine Daya, den Görlitzer Tierpark im kommenden Frühjahr verlassen. Also wir nehmen, seit wir tatsächliche Pandas halten und züchten, am europäischen Erhaltungszuchtprogramm für diese Tierart teil. Das heißt, wir sind einfach nur Teil einer großen Gruppe. Momentan sind es etwa so um die 400 Pandas, rote Pandas in Europa. Wir entscheiden nicht darüber, wo die Jungtiere hingehen. Es gibt einen Koordinator für diese Tierart, der sagt, okay, nach genetischen Gesichtspunkten, der kleine jetzt hier aus Görlitz passt am besten mit, zum Beispiel dem Weibchen aus Südfrankreich zusammen. Bitte seht zu, dass die irgendwie zusammenkommen. Also Görlitz zieht nach Frankreich oder umgekehrt. Also das hängt nicht an uns, sondern das geht tatsächlich über den Koordinator für die roten Pandas. Er wird definitiv nicht hierbleiben, denn es sind wie gesagt Einzelgänger im Freiland. Auf dieser großen Anlage hier mit etwa 1200 Quadratmetern können sich die Tiere sehr gut aus dem Weg gehen. Es gibt sehr viele Strukturen, das funktioniert schon, aber in großen Gruppen funktioniert es nicht. Das ist Stress für die Tiere. Wer also den jüngsten Nachwuchs der roten Pandas und die engagierte Artenschutzarbeit hautnah erleben möchte, dem sei ein Besuch des Görlitzer Naturschutztierparks empfohlen.